So, Freunde, wir bewegen uns schon wieder mit Vollgas in Richtung kommendes Wochenende, in Richtung Spieltag 33, geht Schlag auf Schlag, die letzten beiden Spieltage stehen vor der Tür und deswegen gibt es heute am Mittwoch wie immer die besten Kauftipps, die besten Schnapper, wie ihr es nennen wollt, für Spieltag 33 und damit wünsche ich euch jetzt natürlich ganz viel Spaß. Ich bin Max, ich bin sehr froh, dass ihr mit am Start seid, lasst gerne mal ein bisschen positives Feedback da, wenn es euch gefällt, ein Like, wenn ihr zum ersten Mal hier seid, vielleicht ein Abo und damit ist genug gequatscht und wir gehen rein ins Video. Und wir schnacken gar nicht lange rum und starten direkt mit dem ersten Kandidaten und das ist Nikolas Seiwald von RB Leipzig und der hat ja am letzten Wochenende schon Xaver Schlager ersetzt, als der sich verletzt hat und raus musste, über fast 80 Minuten glaube ich, hat 65 Punkte gemacht in der Partie gegen Hoffenheim bei einem 1-1, finde ich ganz in Ordnung, hat einen Punkteschnitt von 27, das ist nicht so in Ordnung und jetzt gibt es eben das Duell Kevin Kampel gegen Nikolas Seiwald für das anstehende Spiel gegen den SV Werder Bremen. Man spielt zu Hause, das ist schon mal gut für Leipzig, weil Werder aktuell wirklich ganz gut drauf ist. Ich glaube tatsächlich, es macht Nikolas Seiwald, Schlager wird ausfallen, also einer von beiden wird definitiv spielen. Ich denke, der Österreicher macht es 884k aktuell, also ein super günstiges Schnäppchen, über das man, wie ich finde, definitiv mal nachdenken sollte. Am Wochenende. Dann haben wir Chris Bedia und der hat mich positiv überrascht am Wochenende. Der kam ja im Winter, meine ich, aus Genf, aus der Schweizer Liga und als der kam, dachte ich, boah, okay, jetzt haben die nochmal so einen richtigen Brecher vorne drin, jetzt haben sie wirklich da einen Anspieler vorne drin, einen Zielspieler. Hat dann kaum gespielt und dann nennt er Pjellica, wurde jetzt zumindest mal eingewechselt und hat eine knappe Halbzeit bekommen gegen den VfL Bochum. Körperlich war der richtig stark, nicht nur bei seinem Treffer, da hat er sich überragend durchgesetzt gegen Ivan Ordez, den schiebt man auch nicht mal eben so weg, dass der irgendwie drei Meter von sich selbst weg ist. Der Abschluss war auch stark, es war, wie ich finde, so ein bisschen in Bonny-Face-Manier das Ganze, wie er sich da durchgesetzt und dann abgeschlossen hat. Also da schlummert schon Potenzial im Ivora, wie ich finde und deswegen könnte der mal von Beginn an auflaufen dürfen am kommenden Wochenende, wo es ja um alles geht, gegen den 1. FC Köln im Abstiegskracher. Wenn Union gewinnt, sind sie durch, wenn sie verlieren, dann könnten die sogar noch direkt absteigen. Dann hat Köln zwei Punkte Rückstand und man muss am letzten Spieltag noch gegen Freiburg ran. Also eine ganz, ganz wichtige Partie, dann nicht mehr unter Nenner Pjellica, der ist ja raus. Chris Bedia gibt es aktuell für 541.000, finde ich wirklich eine relativ spannende Aktie, muss ich ganz ehrlich sagen, fürs kommende Wochenende. Dann haben wir den FC Bayern und ich habe kurz überlegt, ob ich nur Mathis Tell nehmen soll oder eben die ganze Mannschaft. Und ich habe mich dann für die ganze Mannschaft entschieden, weil unabhängig vom Ausgang der Real-Partie glaube ich, dass es viel Rotation geben wird im Spiel gegen Wolfsburg. Deswegen natürlich Mathis Tell, super interessant, der hinten raus nochmal aufblüht. 15,5 Millionen, auch ein Chupo muss man mitnehmen, wie ich finde, aktuell oder zumindest mal auf dem Schirm haben für 3 oder 2,8 Millionen. Thomas Müller, der mal wieder spielen könnte in der Bundesliga. Bundesliga, Pavlovic, der in der Bundesliga Spielminuten generiert in der Champions League, zuletzt in den Spielen gegen Arsenal und auch im Hinspiel gegen Real nicht zum Zug gekommen, zumindest nicht von Beginn an. Auch den gibt es für 22 Millionen und vielleicht auch einen Dayot Upamecano, haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen, der mal wieder ran dürfen dürfte. Keine Ahnung, ob das grammatikalisch korrekt war. 15,3 Millionen, auch das ist super günstig. Wenn er spielt, wird sich definitiv auszahlen, deswegen die Kandidaten würde ich mal auf dem Schirm haben. Und dann haben wir Kevin Akpoguma von Hoffenheim, der den Vorzug bekommen hat am letzten Wochenende vor Tim Drechsler in der Dreierkette auf der linken Position. Hat das gut gemacht, wie ich finde. 96 Punkte gemacht, erster Startelf-Einsatz seit dem 25. Spieltag, erster Einsatz überhaupt seit dem 26. Spieltag. Also der war jetzt lange raus, hat mal wieder das Vertrauen geschenkt bekommen von Pellegrino Materazzo. Den gibt es aktuell für 500.000 und das krasseste ist oder das beste an der ganzen Geschichte, man hat den vermeintlich leichtesten Gegner jetzt mit dem SV Darmstadt. Also da könnte es wirklich dicke Punkte geben für ganz, ganz kleines Geld. Deswegen habe ich auch Marius Bülter dabei, der zum ersten Mal in der Startelf stand seit dem 24. Spieltag gegen Leipzig. Einen Treffer vorbereitet hat zum 1 zu 1, hat 205 Punkte gemacht. Könnt ihr mir vorstellen, dass der eine ähnlich gute Punkteausbeute hinlegt am Wochenende gegen Darmstadt. War überragend bei Schalke, bei Hoffenheim. Hat er die PS noch nicht so auf die Straße bringen können, aber wer weiß, vielleicht jetzt hinten raus. Und dann zu Beginn der nächsten Saison hat er aktuell, wie ich finde, die Nase vor Sko, vor Juracek. Wobei sich das gefühlt jede Woche ändert. Und genau wie bei Bayern, finde ich, muss man bei Hoffenheim auch ein paar andere noch nennen. Kadazabek gibt es aktuell für 7,1 Millionen. Anton Stach, der mal wieder von Beginn an gespielt hat, gegen Leipzig 12,7 Millionen. Auch der hat knapp 100 Punkte gemacht. Und auch ein Wout Welchhaus könnte wieder reinrutschen, weil der Elas Bebu jetzt nicht so wahnsinnig berauschend war. Da gehe ich davon aus, dass der Niederländer wieder in der Sturmspitze agiert, neben Maxi Bayer. Also Hoffenheimer, wie ich finde, am Wochenende wirklich auch ganz, ganz heiß. Dann haben wir Adam Ložek mit am Start. Der hat zuletzt kaum Spielzeit bekommen. Dann durfte er ran gegen Frankfurt. Gleich mal drei Vorlagen beigesteuert. Weit über 200 Punkte. Ich habe es mir aufgeschrieben. 236. Gibt es aktuell für nicht mal eine Million. 936.000. Und auch da wird 100% rotiert werden am Wochenende gegen Bochum. Da können wir rechnen, dass ein Teller spielt. Da wird ein Palacios wahrscheinlich spielen. Patrick Schick vorne drin vielleicht. Eventuell sogar ein Bonny-Face. Da kann man definitiv mal was mitnehmen für die Partie gegen Bochum. Glaubt nicht, dass Leverkusen da Punkte herschenkt. Wenn ihr mich fragt, auch wenn es zum Bochum um alles geht. Leverkusen wird sich das nicht nehmen lassen. Deswegen auch die super. Interessant. Dann haben wir den Augsburger. Und zwar Iago, den Brasilianer. Und der könnte zurückkehren in die Startelf, der Fuggerstädter. Weil der zuletzt gar nicht spielen konnte. Aufgrund seiner Fersenprellung. Und Augsburg ja etwas an Form verloren hat in den letzten Wochen. Nicht mehr die Ergebnisse eingefahren, die man sich vielleicht gewünscht hat. Gegen Dortmund richtig unter die Räder gekommen. Mit 1 zu 5. Und deswegen könnte Iago reinrutschen. Eventuell für Mats Pedersen, der jetzt nicht überzeugen konnte. In den letzten Wochen ist relativ günstig. Kostet nicht mal eine Million 850.000. Auch der interessant. Matchup wird nicht leichter, muss man sagen. Stuttgart. Ich meine zu Hause immerhin. Trotzdem, Stuttgart ist so on fire. Die möchten unbedingt Zweiter werden. Ganz harte Nuss. Trotzdem, Iago für den Preis definitiv eine Überlegung wert. Und wer 100% spielen wird, ist Thomas Kubek. Denn der wird Finn Dahmen ersetzen. Für den Rest der Saison hat gut gepunktet. Trotz 5 Gegentreffer in Dortmund. 99 Punkte gemacht. Also ganz kurz vor einem grünen Balken gewesen. Jetzt geht es noch gegen Stuttgart und gegen Leverkusen. Also 2 Mannschaften, wo definitiv viel aufs Tor kommen wird. Davon gehen wir zumindest aus. Deswegen ist der für 635.000 natürlich ein extremer Schnapper. Eigentlich ein No-Brainer für die Championship in den nächsten beiden Wochen. Ist zumindest meine Meinung. Ich würde den unbedingt aufstellen. Vielleicht auch nochmal mitnehmen, wenn ihr das Geld irgendwie locker machen könnt. Oder beziehungsweise mitnehmen, um dann Geld locker zu machen. Vielleicht noch für die ein oder andere Star-Verpflichtung für die letzten beiden Spieltage. Wer weiß. Thomas Kubek auf jeden Fall eine ganz, ganz heiße Aktie. Und genauso heiß, mindestens genauso heiß ist es aktuell Marco Reus, der richtig aufblüht, seitdem klar geworden ist. Er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Er wird Dortmund verlassen. Nach dieser Saison hat er überragend gespielt. Am letzten Wochenende gegen Augsburg. Einen Treffer, glaube ich, selbst gemacht. Zwei vorbereitet. Über 300 Punkte. Ich meine sogar MVP geworden. 9,6 Millionen kostet der aktuell. Man muss jetzt auswärts ran bei Mainz. Da hat man eine Rechnung offen von der letzten Saison, vom letzten Spieltag. Auch wenn es dieses Jahr nicht mehr um so viel geht. Trotzdem eine ganz heiße Partie. Ich glaube, dass Dortmund da mit Sicherheit mal mindestens einen Punkt holen wird. Ich gehe eigentlich von drei aus. Reus, wie gesagt, für unter 10 Millionen. Kann mir gut vorstellen, dass er spielen wird. Eine richtig, richtig fette Kaufempfehlung. Und auf Platz 1, habt ihr schon gesehen, ist Christoph Baumgartner. Weil der Xavi Simmonds ersetzen wird, der ja mit Gelb-Rot gesperrt ist nach der Partie gegen Hoffenheim. Baumgartner gibt es aktuell für 3,7 Millionen. Es sind einfach extreme Schwankungen, die der mit sich bringt. In dieser Saison hat jetzt gegen Dortmund gut gespielt. 114 Punkte, ich meine sogar nach Einwechslung. Gegen Hoffenheim waren es dann 10 nach Einwechslung. Jetzt eben zu Hause gegen Werder Bremen. Von Beginn an bin ich sehr gespannt. Bei Österreich in der Nationalmannschaft zeigt er immer wieder überragende Spiele. Bei Leipzig noch nicht so 100 Prozent angekommen. In dieser Saison vielleicht so eine Saison, die man, oder so eine Saison zum Warmlaufen. Das haben ja einige Spieler, die so ein Jahr brauchen beim neuen Verein, um dann anzukommen und dann im zweiten Jahr zünden. Ich bin sehr gespannt, wie das bei Christoph Baumgartner aussehen wird. Für dieses Wochenende auf jeden Fall ein ganz, ganz fetter Call. 3,7 Millionen für einen Starter von Leipzig zu Hause gegen Werder Bremen. Muss man eigentlich mitnehmen. Und damit sind wir durch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wen ihr noch auf dem Schirm habt, den ich vielleicht vergessen habe. Das würde mich sehr interessieren. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.